so leute und herzlich willkommen zu einem neuen da wurde gerade die kamera hinter mir gestartet video auf dem kanal heute gibt es die defender von panda schön hier nach dem gewitter nach regen bei einem sonnenuntergang obwohl wenn man die zünden ist es schon dunkel aber das lustige ist die habe ich vor ungefähr genau einem jahr gemacht schon mal auf meinem kanal ich verlinke euch mal das video das könnt ihr euch ja mal angucken und das war auch mit lennart also also was ein zufall also also so die weg mal jetzt hin und ich werde hier schon von von fliegen alter die auf mein display so hier haben wir hier den defender 2 dann haben wir hier noch den defender 1 und logischerweise ist da noch ein defender 3 drin aber ich werde hier gerade von pflücken angegriffen so ein defender hat ganze fünf gramm an einem und ich würde mal sagen die zünden wir gleich nach dem cut so defender machen wir die ersten zwei zusammen dann den dritten und dann machen wir noch hier im gras drei auf schlag das war jetzt ja die hatten ganz schön druck alter falter das war überraschend so laut ist ja geil und jetzt mal die drei absoluter wahnsinn ihr habt ihr nachhalt bestimmt gehört kranke teile kaufe empfehlung vor allem für nur zwei euro 22 wenn die schacht dieses jahr so gut ist ist ja unmenschlich als richtig krass ich habe die nicht so heftig nah immer warum leute absolute kaufe empfehlung